Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,8 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, ein Traum in rosa. Unsere Tochter hat es als Prinzessinnenkostüm in rosa und sieht zauberhaft darin aus. Sie trägt sonst 122, haben es in Größe 116-122 bestellt und es passt sehr gut. An der Taille ist es etwas weit, allerdings muss man dazu sagen, dass unsere Tochter sehr schmal ist. Da jedoch zu dem Kleid eine Schleife gehört, kann man es wunderbar in die Figur anpassen. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.